Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARK, mit mir der Meryl. Ich habe leider letztes Mal vergessen, ARK mit Mikrofon aufzunehmen. Ich säbbel mich dumm und dämlich und stelle hinterher fest, nachdem ich anderthalb Folgen quasi aufgenommen habe, dass mein Mikro ausbar. Ich habe jetzt keine Lust, alles nachzuvertonen. Das wäre blöd. Das ist einfach ein dummer Fehler. Es wird aber jetzt für euch quasi die ARK-Folge ein bisschen Zeitraffer geben, ein bisschen schneller. Ich habe mich im Zähmen versucht. Ich habe weiter unten Pferde gesehen und werde mich daran versuchen, ein Pferd zu zähmen. Wie es ausgeht, werdet ihr sehen. Und damit es nicht allzu langweilig wird, gibt es ein bisschen Musik von Matze macht Mucke. Links werden unten stehen. Also schaut mal rein und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.